Hey, wir sind schon Level 4. Ja. Wie? Geht schnell, ne? Also, nächster Job. Ein Job für einen Titanen. Entspannend! Ein Job für Sprititaxanen. Ja, dann nehme ich... Oh, nach der Shit. Oh. Also, Titanen haben wir auch schon gemacht, ne? Ja. Ja, das ist es. Kommen wir rein. Wir sind noch so anders gesündelt, ja? Aha. Okay. Ja. Float? Ja. Ich bin unterwegs. Float? Ja, kommt rein. Ja, wir könnten ein wenig shoppen in der Zeit. Oh. Willst du still zuschmeissen? Ja, Level 17. Dann nimmt das alle Teamleben wieder weg, muss ich sagen. Ja, genau. Manchmal sind es ja Wichser, oder? Wie heisst der? X-Fryer-X-Lucho. Lucho? Lucho? Luchos. Luchos, gracias. Luchos, gracias. Mach mal. Meinst du? Unser Gang? Genau. Leckig klar fliegen. Es kommt vielleicht... Hat der einen Bullen-Karren? Ich. Ah, du? Ja. Als persönliches Auto? Ja, oder? Ja. Das finde ich nicht so okay. Ah, dann kannst du den in der Mission haben, oder? Ja. Nein, voll. Was machen wir still, die Titan? Wie weit ist es? Was macht der zum Scheisse? 7 Kilometer, wollen wir ein Rennen machen? Ja, bitte. Aber... Ja, du mit dem Kader gehst. Aha. In der Zeit macht der andere seinen Job, oder? Ja, voll. Ähm... Ja, machen wir ein Rennen, wenn es keinen Sinn macht. Aber die gleichen Kerne, oder ähnliche? Ja, ist so scheisse. Aha, ja, nehmen wir alle wieder Honda Civic. Okay. Ja, da fahren andere um. Nimm den roten dort. Ja, Civic hat zwar jeden, jeder zweite ist ein Civic. Komm, soll der andere doch den Job machen, sorry. Ja, also... Der stirbt dir gerade. Mhm. Wenn wir da den Start setzen... Knut, komm. Ja, was haben wir für einen Karren? Civic. Ja. Du bist auch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir müssen einen schönen aussuchen. Ja, jetzt ist er schon gut. Jetzt habe ich einen 8-8. Ah, einen roten. Schau das für ein Stressbier da hinten. So. Thomas, ich wollte dir nichts sagen, aber du hast eine sehr schlechte Karte. Dort, wo du jetzt stehst. Ähm, also spontanes Rennen. Kann ich da Gwintzum rauf setzen? Nein, nicht. Ziel... Kannst nicht. Nein. Ähm, ja, weisst du was, ich ähm... Ja, fuck it. Also! Sind wir bereit? Yo, yo. Cool. Also, dann schicke ich jetzt eine Einladung. Oh nein. 225 Dollar, weee. Weee. Also. Weee. Komm, ey. Nachher gehen wir uns alle Civic-Skutunen. Ja. Ja. Schösses Crew-Auto. Voll tunen. Kannst du das Vierte reinhocken? Der geht ab wie Sau an. Ähm... Ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst den Sitz nicht runterklappen. Voll Civic-Gang, ey. Scheisse, die Crew schon wieder umbenommen? Ja, also wir müssen schon irgendwie so etwas BMW-Messiges haben. Ja, absolut nicht. Aha! Wieso meinst du? Den Oracle verstehe ich jetzt nicht. Den Oracle verstehst du nicht? Nein, den Witz checken wir jetzt nicht. Ja, der geilste Kerbel gibt es. Ja, das Auto, ey. Nein. Gott, damn. Gott, verdammt. Nein. Lecker, das ist eine so schöne Abigstimmung. Ja. Da ist ein grosser Verkehr da. Wow! Da geht der Rein nicht raus. Sehr geil. Also so ein Untergang, irgendwie. Sie sehen es jedes Mal anders aus. Ja, das ist wunderschön. Mhm. Wunderbar! Wir haben sicher noch ein Programm, um Wolken zu bilden. Mhm. Da ist, glaube ich, immer live einer dran. Im Programmierer. Ja, genau. Seine Lebensaufgabe. Genau. Weather Girl. Du, äh, sind recht gestartet? Haben Sie gemerkt, was für einmal losgegangen ist? Aha. Aha. Ach. Hat er dann schon gekommen? Hehehe. Hehehe. Hier haben wir eine Appkürzung. Es ist ein wenig unfair für den anderen. Ach garo! Nächster Lutscher. No, voll verpasst. Hmmm. Dämmi nochmal. Hua, er kommt. Nur wegen... Ach garo! Juhu. Cool, du musst doch ein bisschen bei uns fahren, sonst sieht man uns gar nicht. Ja, jetzt schieße ich mich ein bisschen an. Schau, jetzt haben sie einen Scheiss gemacht, das ist alle Chance. Was sind die? Ich glaube es ja nicht. Ja, schau, ich gehe dem Lucci schon mal helfen. Ja, mach, mach. De Luciano. Paparotti. Der Lucci ist auch noch. No. Ah, der ist eh schon weg mit dem Flugzeug. Aha, meinst du? Weißt du, was ich meine? Nein, nicht über die Chance. Ah, du Sau. He he. Nein. Ah, goddammit. Ja, jetzt bin ich der Letzter. Hast du ein super Ziel gesetzt, dass wir jetzt in dem Kuchen nehmen. Ja, nein, ich habe einfach das Ziel als Ziel genommen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist super geil. Ja, aber folgt den Routen, wenn schon. Das ist jetzt drin, jetzt wirst du dir bei. Ja? Nein, jetzt geht der noch. Das ist klimatisch. Der Leere. Der Leere. Ja, aber was ist mit dem Lucci? Macht er auch was? Das ist das Kampf für Lucci. Also das ist... So, jetzt darfst du aussteigen. Kein potenzielles neues Crew-Mitglied. Nein. Ehrlich, du ey. Da hinten ist vielleicht noch besser. Das ist nicht schlecht. Wo sind sie? Ich bin voll ins Feucht gelaufen. Psst. Ah, die checken gar nicht, dass ich da habe. Ah, die... Das ist meine Preise. Ich komme da gar nicht mehr rein. Ich kann einer schnell mit dem Auto durch den Haag fahren. Äh, was für einen Haag? Für meinen Flughafen eingegangen. Nein. Ah, war es schon schon in Flugg ab? Nein. Oh nein. 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 Der Civic ist schon der Freund. Thomas. Was? Schau jetzt weiter. Jetzt bin ich dann... ...supergeil. Oh! Ja, genau! Ja... Du sollst zuschauen. Ja, das auch. Das tut mir leid der liebe Zuschauer, dass es... Ja gut, jetzt kann man den Firoi mal etwas verfolgen, oder? Ja, genau. Jetzt kann ich hier die Kameramöde äußern etwas ausprobieren. So, jetzt sehen wir hier den Herrn Chris Maradona. Wie hat sie? Man erkennt ihn an seinem leicht schwulen Gang. Nur wenn ich schleiche werde. Schleiche? Ja... Der Typ ist auch tot. Ich sehe ihn in Action. Da muss seine Katze am... Du, da ist irgendeine Katze im Hangar. Ja, scheiße. Müssen wir die Katze befreien? Ja... Ja... Der Chris Maradona... ...eilt ziellos im Hangar rum. Er hat vergessen, dass das Ziel der Mission ist. Wer fliegt... Wer fliegt... Juhu... Kann schon... Ah, der Lucci hat das Spiel verlassen. Übrigens... Ja... pooh... SC mejores... In den Momenten. Schöne Momente. Schöne Momente... So, jetzt Messerflug durch. Uh, geil. Die Katze ist im Titanic. Aber müssen wir hier zuerst aussteigen und nachher unten sauber machen. Oh, ist das die? Oh, das könnte noch sein, ja. Ich schaue gerade schnell. Ja, das ist die. Oh, geil. Ja, ihr kommt doch von da. Sie können die Stadtteile vielleicht noch etwas hervorheben. Mhm. Down South. Ja, Moment, da ist zuerst noch, was ist das? Ist das East Los Santos Down? Ist das da, wo der Franklin gewartet? Nein, Franklin hat es weit oben gewandt. Nein, nicht sein geile neues Haus, sein Pippi-Haus vom Anfang. Das ist doch mehr... Das war Suburban, aber... Also ich rede von Franklin, nicht von Michael. Mhm. Ich habe jetzt so meine Begabe hier als Kameramann. Es sieht aber so geil aus, dass wir hier unten ziehen. Das ist ehrlich. Träumlich. Ja, das ist echt noch gut, wenn du die Kameramann spielst. Träumlich. Eben, Gamen kann ich eh nicht. Oh, da unten, schau da. Jetzt noch ein See. Sind wir da schon mal gewesen? Ja. Ja, das haben wir gesehen. Wow. Und das Theater hat es auch. Hast du schon mal gesehen? Ja. Also das Freiluft-Ampe ist in Schaschen. Ja, ich bin ja schon bei Hummerlauf. Und weisst du, wo bin ich noch nie gewesen? Was ich mich eigentlich schon immer gefreut habe, hinter das Hollywood-Zähne, weisst du? Ja. Ja. Können wir nachher... Können wir das Rennen mal dort durch? Ja, ja, genau. Wo wir ein bisschen gehängen. Wir steigen nachher rauskollern. Wie meinst du? Wir müssen hier unten noch ein paar Leute verschiessen. Jawohl. Gänse spenden. Also ihr landet das Teil schon, oder? Ja, ja, aber es geht eine Weile. Aha, oh, schuldig. Ja, du bist schon ausgestiegen. Chris Mardona mit seinem Gay-Pride-Fallschirm. Free Love. Christopher Street Day. Was machst du jetzt? Du knallst den Typen ab und er landet nachher zu Flug in sich, oder was? Jo. Jetzt schau dich gleich nochmal zum Tomaten. Wir sind niemals. Ist das überhaupt? Nein, du kannst glaube ich einfach landen. Ah nein, weisst du, wer das war? Das war die mit dem Privatcheck. Ja. Stimmt. Ja, dann lande ich doch auch mal. Ah, dort ist gar niemand? Nein, ist frei. Du Schulti, du kannst noch immer geil anstehen. Weisst du, wie die Planespotters am Flughafen, wo die Flamme gegangen sind. Oh scheisse. Oh, das sieht aber böse aus. Oh nein! Nein! Oh, wie wirst du es sehen? Nein! Das ist so solidarisch vorhin gesprungen. Voll lieber. Ich habe die Lichter nicht gesehen. Da ist noch einer auf der Startbahn herumgesäckt. Ja, shit. Ja, ich dachte, die müssten wir wiederholen, oder? Jetzt sparen wir ein bisschen näher, oder? Man könnte es ja dann irgendwie zusammenschneiden, damit man meint. Ja, genau. Das Bahnummer oben dran, beim Flughafen, wo wir gestorben sind. Hm. Ah, ja, das ist gut. Ja, ja. Ja, das... Aber ich glaube, wir holen da schon ein bisschen Respekt ein. Das ist das Zählis, wenn wir Glück haben. Oh, unsere Crew ist jetzt schon gefürchtet. Ich denke, ich verstehe. Ähm... Wo hast du jetzt alle eingeben und sehen? Oh, jetzt ist der Lujo gleich wieder da. Was ist denn? Jetzt hat er verdammt Geduld gehabt. Ja, genau. Und hat er uns ein Tisch gekauft? Hat er uns ein Schwanz-Tisch gekauft? Wieso läuft man dann eigentlich noch? Aha, das stimmt alles. Ich habe meinen schönen Autostand. Oh, ich komme bei ihm. Lujo! Ja, Baby! Willst du ihn noch auf den Filmen? Schöne TG-Farbe? Ich fahre noch. Ey, fahr bitte mir näher nach, falls wir irgendeine komische Shit mit mir vorhaben. Ich fahre noch nicht. Nein, das ist hier verreckt. Oh! Jetzt ist er weglischt. Wo ist er denn? Was hat er gesagt? Nein, das tut mir jetzt leid. Ja, er hat geschrien. Hast du gehört? Ja. Nein, wir lassen... Stimmig. Okay. Okay. Und los geht's. Also, man kann also gar nichts machen gegen seine Seite, oder? Nein! Ja, da sind wir einfach geschliffen. Ja, der ist einfach verschiessen. Ja, mach so etwas, wenn er schiesst. Nein! Nein! Was ist denn mit dem Malo? Nur im Fahrzeug. Also, jetzt. Komm, Lucho! Du kannst es. Weisst du, jetzt ist er beleidigt. Hast du es gesehen? Ich habe eine Granate gerührt. Wir haben kein Pneum, glaube ich. Wir sind ja verdammt weit weg. Was sind wir? Ich soll schon wieder 3 km mehr. Ja, komm ins Auto. Zu dir? Ja, der ist schneller, als dein Lastwagen. Also. Ja. Ja, wieso macht ihr das? Was machen wir jetzt? Ja, er hat mich auf dem Zuggleis abgestellt. Er wollte das überfahren. So ein Ass. So ein Wichser, ey. Ich habe wieder die Reifen. Ah, das ist scheiße. Weisst du, jetzt können wir bei uns einsteigen. Die Reifen sind kaputt jetzt. Er ist eh tot. Ja, aber er kommt wieder. Aha. Autosammelchen. Ich komme jetzt mit meinem Friedensschlius. Was machst du da hinten? Oh. Warte, nimm mich mit, Alter Typ. Mit meinem Supercarra? Ja. Warte, ich nehme den. Ah, jetzt versiesst er den. Oh nein, er steigt ein. Jetzt haben wir noch zwei Plätze. Ah, verdammt. Also, gehen wir nach Hause. Der schiesst den verdammt, Mann. Ja, und er grölt sich rein ab. Also, komm. Ja. Jetzt bin ich mit Platte. Wow. Sahnenwichs. Hat er etwas gesagt? Ja, aber ich verstehe ihn nicht. Ja, aber ich verstehe ihn nicht. Knut, du kannst nicht eine Bombe lang in der Hand halten, bis er explodiert. Bis ich explodiere. Ja. 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 Kannst du das letzte Team leben? Ja, Ebra, das ist ein bisschen das Problem. Nein, ich fahre mit ihm jetzt voll dort hin. Jetzt bin ich jetzt rein. Und dann kann er noch ein paar Killen und dann stürt er rein. Ja, so machen wir uns nicht beliebt. Ja, wir sind gerade über die Schande gekumpelt. Wow. Das hat ihm Freude gemacht. Nein, er meint er... Mit Ägli. Ich hoffe, es vereisst den Karren jetzt. Hat er es das letzte Mal geschafft, hier in den Flughafen zu kommen? Äh, ich habe ihn nicht gesehen. Oder ist er vorne verrückt? Ich habe ihn nie gesehen eigentlich. Ich habe gemeint, er hätte zuerst den Verlag. Ich glaube, killt hat er niemand. Oh, Klaas. Die Katze ist wieder im Hang. YOLO. Ja. Oh. Jetzt ist er gestorben. Oh. Ist er? Ja, fuck it. Ist dumm mit diesem Teamleben, oder? Nein, komm da hinten. Oh. Oh. Jetzt ist der Lashback explodiert. Oh, geil. Schon? Ja. Komm, wir können ihn ja wegsprengen. Ach so. Weil er im Weg steht. Ja, eben. Wie sieht es aus? Seht ihr noch? Ja, ich äh... Ich bin noch. Nicht zu viel sprengen, sonst explodiert das Teil wieder da. Fahren wir ein bisschen näher. Okay. Ich mache Schleichenmodus. Ich schleiche einen rein. Mhm. Geile, geile Dix. Simon's Cat. Simon's Cat. Das ist so dumm. Jaaa, sind es alle gewesen? Da ist es nicht. Da hat noch einen. Oh, fellow, fellow. Ich bin immer zu voreilig. Ich erschläge das... Wusstest du denn? Oh, da ist er. So, jetzt darf jemand anders fliegen. Ich bin da nicht so challengeiert. Solltest du den Lastwagen schnell wegfahren. Okay. Obacht. Sie versuchen, damit zu sprengen. Aha. Siehst du schon... Ah, da hat sie so einen Gabelstabler. Dann kann man das sicher machen. Kannst du da einsteigen? Ja. Ja. Knapp was wow. Das hat sie gesagt. Schön. Nächstes Teil drüber. Ähm, machen wir einen richtigen Stück. Ich hatte es vorher doch... Ach so. Wie bewegst du ihn? Ja. Kannst du nur den Container laufen. Oh, der brennt. Geh weg. Oh nein. Und ausfährt noch einer. Oh scheisse, ich steige mal aus da. Lucho, resten. Verschiessen die draussen. Oh man. Verschiessen, verschiessen. Hoiii. Und du musst Snack essen in der Deckung. Hä? Snack essen. Ah. Wann habe ich einen Snack? Ah, im Dingser. Inventar. Lange... Lange... ...selektisches Druckchen. Und nochmal fahren. Was? Inventar und was? Inventar nachher zur Unterstunde. Rauchspur? Rauchspur? Nein, nein. Nein, ich habe nichts. Den musst du wahrscheinlich noch über die Code haben. Du hast sicher schon aufgelegt, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich habe gar nicht gewusst. Es fährt jetzt einfach ein Zeug rum. Oh. Äh... What seems to be the problem? Ah. Pssst! 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 Mäh! Was ist mit deiner Katze? Die Schmerzen, irgendwie. Ich weiss, sie will raus! Ach so? Huse! Huse! So, und jetzt? Ja, fliegen wir mal dorthin. Aha! Ist doch ein bisschen problematisch. Dann kommen wir voll nicht hoch. Vielleicht kommst du hier links vorbei. Vergesst. Können wir den Shit nicht alles weg sprengen? Ja, wir können es probieren. Willst du mal in die Deckung gehen? Gut. Dann schon. Okay. Obacht! Jetzt ist viel besser. Sauber. Viel besser. Wirklich? Verdammt. Aber kommst du jetzt nicht vorbei? Nein, aber nicht der Flügel. Ähm. Vor allem, es geht schnell. Langt die 20 Meter nicht zum Starten? Nein. Verdammt, das ist eine Scheiss-Mission. Warte, ich mach jetzt da. Ich schau dir mal auf. Ja, das muss ich mal machen. Hey, weisst du was? Aber wir könnten ja Pause machen. Und nach der Pause sehen wir, ob wir arbeiten, das Scheiss-Floge rauszuholen. Tschau, zusammen!